In diesem Video geht es um die besten drei Profi Haarglätter. Der erste Platz, das Haarenprodukt. Die mikropartikuläre Keratininfusion im Keramiküberzug überträgt sich während des Stylings auf das Haar. Die Keratinprotektive Technologie bietet bis zu 57% mehr Schutz vor Schäden und Brüchen. Der exklusive JIT-Protektionsensor, der in der oberen Platte integriert ist, erkennt kontinuierlich den Feuchtigkeitsgehalt des Haares und optimiert die Temperatur, um das Haar vor möglichen Schäden zu schützen. Inklusive hitzebeständiger Hülle, damit du dein Keratin-Therapie-Glätteisen immer dabei haben kannst. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz, der Preisleistungssieger. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und optimalen Hitzeschutz der Haare. Elektronische Temperaturregelung von 150 Grad Celsius bis 230 Grad Celsius, 5 Temperaturstufen. Die Platten passen sich automatisch der Haarströhne an und erzielen ein definiertes Ergebnis in nur einem Durchgang. Abgerundete Platten für glattes oder gewähltes Styling. Um das beste Ergebnis zu erzielen, trockne und entwirre die Haare perfekt, bevor du das Styling machst. Um die Haare nicht zu stressen, wähle die niedrigste Temperatur und erhöhe sie schrittweise, um das gewünschte Styling-Ergebnis zu erreichen. Für perfekt glattes Haar, käme es vor dem Glätten mit einem engzahnigen Kamm. Der dritte Platz, das Sparprodukt. Mit Hilfe der breiten Piau Ceramis Platte kannst du einen perfekt glatten und glänzenden Look ohne zu viel Aufwand erreichen, vor allem im Komfort deines eigenen Zuhauses. Entwickelt für Frauen mit langen Haaren, ist dieses Gerät mit breiten Platten ausgestattet, die in wenigen Minuten die Haare bändigen können. Dank der einstellbaren Temperatur von 150 Grad Celsius bis 230 Grad Celsius und der schnellen Aufheizzeit von 15 Sekunden kann die Piau Ceramis Extra Platte selbst die widerspenstigsten Strähnen zähmen. Diese neue Generation von Glätteisen gehört zur Pro Collection von Remington, einer revolutionären Reihe von Werkzeugen, die glatte, strahlende und lebendige Haare garantieren.